So, herzlich willkommen in Beverly Hills. Wir sind jetzt hier vor dem grünen Wahrzeichen in Beverly Hills. Und zwar vor den Dingen. Das bekannte Beverly Hills Zeichen. Ja, Beverly Hills ist ja bekanntermaßen der Ortsteil, wo die Schönen und Reichen wohnen. Und wenn ich mich hier so umschaue, ich bin ja gerade ein bisschen durch die Straßen gegangen, rauf und runter, hab mir die Häuser so ein bisschen angeguckt und die Menschen, die da rein und raus gehen, muss man ja sagen, dass hier zwar schön und reich wohnt, aber dass die Reichen, so wie sie aussehen, mit Sicherheit nicht von Geburt an schon schön waren. Gibt einem ein bisschen zu denken, aber mein Gott, so ist halt Beverly Hills.